Diese Krankheit hat dieser Schauspieler aus Stranger Things. Und das Spannende ist, seine Serienrolle hat die gleiche Krankheit. Diese Krankheit ist so selten, dass nur einer von einer Million diese Krankheit hat. Es ist eine seltene Anomalie der Knochenentwicklung und die ist gekennzeichnet durch hypoplastische oder aplastische Schlüsselbeine, persistierende und weitoffene Fontanellen und Schädelnähte und vielfache Zahnanomalien. Die Ursache ist eine Mutation in einem Gen. Das Problem ist, dass diese Krankheit autosomal dominant vererbt wird. Das heißt, die Erkrankung wird in der Regel von Generation zu Generation unabhängig vom Geschlecht weitergegeben. Also wenn einer der Elternteile eine bestimmte Seh-Gensequenz hat, besteht für das Kind eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, auch das defekte Allee zu erben und ebenfalls Merkmalsträger dieser Krankheit zu sein. Das Gute ist aber, die Prognose dieser Erkrankung, also dass man wieder geheilt wird, ist sehr, sehr günstig. Weißt du, über welche Krankheit wir sprechen?